Ja, meine Frau meint, wir müssten ja für zu Hause Kürbisse für die Herbstzeit mitnehmen. Wind sind auch nicht viel, deswegen sind wir dann nach Nordrheinland gefahren, 150 Kilometer. Nee, stimmt nicht, ist gelogen. Wir sind ja also hier in Zeeland und Anne sucht dann einige Kürbisse aus. Wir haben ja einen Hänger und ich zeige euch dann nachher, wie viel sie hat gesagt, sind nur ein paar Stück, aber ich zeige euch dann nachher, wie viele sie ausgesucht hat. Ja, ich zeige euch dann nachher, wie viel sie ausgesucht hat. Ja, ich zeige euch dann nachher, wie viel sie ausgesucht hat. Ja, ihr habt ein paar Stück, das ist sehr schief. Habt ihr euch alleine ein Uitsgezogen? Welke will ich machen ja, das sind alle hermanns, ja. Die hatte er von der Wecke in z'n roh-to-mdeeinen. Ja, ja.